Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des Manamiya-Podcasts. Neben mir, neben mir, wirklich, wirklich neben mir, seht ihr den wunderbaren Jaysus. Und wir sind heute in Präsenz für euch da, zu zweit in einem Raum, scheiß auf Corona. Ja, wir sind doch eh geimpft und so. Ja, und getestet. Ich bin auf jeden Fall getestet, gestern. Ich nicht. Okay, geil. Aber das sieht man doch, ob jemand Corona hat. Wo sieht man das? Nein, das war Spaß. Okay, ich habe das jetzt gerade ernsthaft, ich habe ernsthaft darüber nachgedacht gerade. Nee, nee. Ah, okay. Also klar, du siehst es, wenn jemand krank ist, aber erstens kannst du auch asymptomatisch Corona haben und zweitens kannst du auch was anderes haben. Ja, ich muss mal hier die Sauerei aufputzen, weil ich habe vorhin... Wird es noch was mit der Flasche? Ich habe sie immer noch nicht geöffnet, ich habe Schiss. Ich habe ja vorhin die Getränke geholt und ich habe dich als Dr. Pepper-Typ eingeschätzt, habe ich da richtig gelegen? Auf jeden Fall eine sehr gute Einschätzung, Dr. Pepper Zero. Ich mag den Geschmack von Dr. Pepper. Das ist halt mit Zimt, gell? Ist es Zimt? Ich glaube schon. Schon, ja, ich glaube auch. Lass mal einen Schluck probieren. Ja, gerne. Hey, sorry, ich wollte dir auch einschenken. Kein Problem, ich will eh Fanta trinken, aber ich will mal den Geschmack probieren. Trink doch Spezi. Nee, aber nicht so. Dr. Pepper-Spezi. Klar, was ist das für eine Fanta? Limone. Limone, ja. Oh ja. Da ist auf jeden Fall Zimt drin. Schon, oder? Also ich glaube schon. Vielleicht ist auch Kirsche drin, bin mir nicht ganz sicher. Wenn ihr es wisst, schreibt es uns in die Kommentare. Würde mich freuen auf jeden Fall. Was sagst du, aber was ist drin? Ich glaube eher so eine Zimtnote. Oder so, weißt du, kennst du dieses Root-Bier? Ja, das ist doch so ein Ginger-Bier, oder nicht? Oder ist Ginger-Bier vielleicht Ginger-Bier? Nee, Ginger-Bier ist was anderes. Ginger-Bier ist ja... Mit Ingwer. Mit Ingwer. Und dann gibt es Root-Bier, da ist irgendeine andere Root, irgendeine Wurzel wahrscheinlich. Aber ist Ingwer nicht auch eine Wurzel? Ja, aber eine andere Wurzel. Jetzt können wir doch auch mal in der Sendung... Oh ne, Witz, machen wir das jetzt mal. Warte mal. Ginger... Ah ne, Root-Bier. Root-Bier, was ist das? Das würde mich interessieren. Root-Bier. Root-Bier, ja. Roos nennt sich gar nicht mehr Roos-Lee, ist dir aufgefallen? Ne, wie heißt der jetzt? Der nennt sich einfach nur Roos. Aber früher hieß er doch immer Roos-Lee. Roos-Lee war auch ein geiler Name, Mann. Fand ich auch. Root-Bier, auf Deutsch Wurzel-Bier, ist ein in den Vereinigten Staaten und Kanada verbreitetes alkoholfreies, kohlesäurehaltiges Erfrischungsgetränk. Im Frankophon-Teil Kanadas wird es als Racinet bezeichnet, obwohl ursprünglich ein anderes Kräutergetränk diesen Namen trug. Bla, bla, bla. Okay, und welche Wurzel ist es? Ich such gerade. Ey, warum steht da nicht drin, was drin ist, Morok? Warte. Ein beliebtes Dessert in den Vereinigten Staaten ist der Root-Bier Float. Weißt du, was der Root-Bier Float ist? Steht hier. Ah, okay, ich weiß, was es ist. Sag. Das ist Root-Bier und Vanille-Eis. Ja, da schwimmt Vanille-Eis drin, ekelhaft. Das ist so wie für Griechen auch richtig Sünde in Deutschland, wenn du ein Eiskaffee bestellst und dann ist da einfach ein Kaffee und da schwimmt einfach eine Vanille-Eiskugel drin. Bin auch kein Fan von. Ich mag das auch nicht. Bruder, Eiskaffee ist Kaffee mit Eiswürfeln und nicht mit irgendeinem Creme-Milcheis. Das fand ich schon immer so ekelhaft. Aber es ist sehr beliebt. Eiskaffee ist sehr beliebt. Wahrscheinlich auch bei unseren HörerInnen sehr beliebt. Ja, Bro, in Skandinavien ist auch dieses Nordström-Fisch da beliebt, dieser vergammelte Fisch. Nur weil was beliebt ist, ist ja nicht automatisch geil. So, also ich finde es schwierig. Hier steht immer, ah, Zusammensetzung. Root-Bier hat einen sehr eigentümlichen, extrem süßen Geschmack. Die vorrangig geschmacksgebende Zutat ist das Wintergrün mit dem darin enthaltenen Salicylsäure-Methyl-E... Alter, das ist ein Zungenbrecher. Salicylsäure-Methyl-Ester. Salicylsäure-Methyl-Ester. Andere häufige Rezepturen werden vor allem aus Wacholderbeeren, Vanilleschoten, Hopfen, Stechwinden und Süßholz zusammengesetzt. Ah, geil, Süßholz. Krass, aber gar nichts mit Ingwer. Ja. Ginger Beer ist auch viel intensiver im Geschmack, ist aber auch geil. Ist ja auch alkoholfrei. Ja. Brennt halt einfach. Ist geil, ich mag das auch. Ich mag das auch irgendwie, aber es ist halt so, du bist halt nicht besoffen. Ja, er ist halt alkoholfrei. Wir haben halt in Deutschland so eine Kultur, dass man, wenn man trinkt, auch besoffen werden muss. Stimmt, ja. Okay, hat man irgendwo eine Kultur, wo man nicht besoffen werden soll, wenn man trinkt? Eigentlich nicht, gell. Es gibt so den Digestiv nach dem Essen, so einen kurzen. Genau, genau. Da wird man jetzt nicht unbedingt vom besoffen, aber ja gut. Ich glaube, der Sinn von Alkoholtrinken ist schon, betrunken zu werden. Ja, wobei Ginger Beer und Root Beer ja ohne Alkohol ist. Ich weiß, deswegen. Aber allein der Begriff ist halt irreführend. Ja. Apropos, ganz Twitter regt sich drüber auf. Wann releasen wir eigentlich? Ganz normal nächste Woche, oder? Ja, würde ich schon sagen. Ja, das ist vielleicht Old News. Die WM hat begonnen. Wer weiß, was schon passiert ist. Aber wir sind jetzt gerade am Zeitpunkt der Aufnahme, zwei Tage vor dem ersten Spiel, sprich am Freitagabend. Und heute ist die News rausgekommen, dass die jetzt doch keinen Alkohol ausschenken. Und da… Nur außerhalb vom Stadion? Nee, in den Stadien auch, habe ich gehört, oder? Bist du dir hundertprozentig sicher… Ich glaube, nur bei diesen Lounges, da wird Alkohol gekauft. Oder darf man Alkohol kaufen? Ich dachte, ich hätte gelesen, dass außerhalb vom Stadion der Alkoholkonsum verboten ist. Ich habe so ein geiles Meme gesehen. Mhm. Kannst du auch dieses Meme, wo sich so die Leute die Hände geben? Shoutout an Mission German Rap auf jeden Fall. Von dem habe ich es gesehen. Und zwar, wo sich diese zwei Leute so die Hände geben. Und es steht dann halt links, Leute, die sich über Zwangsarbeiter beschweren. Und rechts, Biertrinker. Fand ich sehr geil. Sehr gutes Meme auf jeden Fall. Oder Alkoholfans. Alkoholfans, irgendwie so. Deutsche Welle. Katar setzt Bierverbot an Stadien durch. Auf Druck des Gastgebers Katar wird an den acht Stadien der Fußball-WM in Katar nun doch kein Bier ausgeschenkt. Das gab die FIFA zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel in dem konservativ-muslimischen Emirat bekannt. Eigentlich sollte es an den Stadien der Fußball-WM in Katar vor und nach den Spielen in speziellen Verkaufszelten alkoholhaltiges Bier geben. Aber nicht währenddessen. Darauf hatten sich Katar und der Fußball-Weltverband FIFA erst im September geeinigt. Bereits in der Vorwoche wurde Budweiser, exklusiver Biosponsor der FIFA, allerdings auf Druck der Königsfamilie Katars gebeten, die geplanten Verkaufszelte an weniger auffällige Orte an den Stadien zu verlegen. Hä? Wo ist der Sinn? Vor allem, wenn du das so öffentlich forderst, dann weiß ja jeder, wo die Stände sind. Das ist so krass. Und vor allem, vor wem soll das denn versteckt werden? Die Königsfamilie selber, er verlangt das ja. Und die sind ja die höchste Autorität in dem Staat. Ja. Oder glauben die, dass Gott das nicht sieht, wenn es versteckt ist. Für wer weiß. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. I don't know. Nun folgte das komplette Verbot. Keine Budweiser Bill wie in Brasilien. Auf dem großen Fan-Festival im Albida Park im Zentrum von Doha wird es hingegen Bier geben. Allerdings erst ab 18.30 Uhr Ortszeit. Budweiser soll der FIFA für einen WM-Zyklus von vier Jahren rund 75 Millionen US-Dollar zahlen. Wie wichtig der FIFA, der Deal eigentlich ist, zeigt das Beispiel der WM in Brasilien. Vor dem Turnier war der Alkoholausschrank in Städten in Brasilien gesetzlich verboten. Doch die FIFA wollte es anders. So verabschiedete der brasilianische Senat im Mai 2012 die sogenannte Budweiser Bill. Der Bierverkauf in den Stadien war damals plötzlich erlaubt. Alkohol ist in Katar grundsätzlich erhältlich. Der Genuss ist für Nicht-Muslime ab 21 Jahren erlaubt. Allerdings gelten dafür strikte Regeln. In der Öffentlichkeit betrunken zu sein oder auch nur Alkohol zu trinken, ist in Katar verboten. Die meisten internationalen Hotels haben eine Lizenz für den Alkoholausschrank. Dabei sollten sich WM-Gäste allerdings auf horrende Preise gefasst machen. Da kriegt man richtig Bock, nach Katar zur WM zu fahren, oder? Ich meine, wir hatten davor schon alle keinen Bock auf Katar, aber das ist halt irgendwie nur noch eine zusätzliche Sache, die halt jetzt rauskommt. Ich glaube, ich meine, das ist jetzt ganz schwer. Ja, wir regen uns jetzt alle immer darüber auf. Darf man sich das anschauen? Ist das erlaubt? Das ist cool. Eigentlich wollen ganz viele Leute das boykottieren. Aber ich glaube, also Respekt an die, die es schaffen. Aber ich glaube, die wenigsten werden es so durchziehen können. Weil Fußball ja so einen hohen Stellenwert hat, gerade bei uns in Europa. Also Vorteil für mich ist, Griechenland ist nicht dabei. Für mich auch, Italien ist nicht dabei. Oh, was passiert? Ah, nee. Der Bildschirm wird einfach dunkel. Ah, okay. Ja, dann lassen wir das einfach. So, passt. Ja, alles gut. Wenn wir das wissen, ist es ja okay. Ich schalte das aus einfach. Oder so. Rede weiter? Ja, genau. Und wenn wir das, Fußball hat halt so einen großen Stellenwert bei uns. Wenn die Leute das durchziehen sollten, dann ist das krass. Auf jeden Fall. Für dich ist es einfach, weil Griechenland nicht dabei ist. Für mich ist es einfach, weil Italien nicht dabei ist. Aber das ein oder andere Spiel werde ich mir safe anschauen. Ich würde so lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich mir gar kein Spiel anschauen werde. Ich werde mir sicher ein Spiel anschauen. Natürlich ist es scheiße, was da passiert. Aber das sagen wir schon seit Jahren. Wir wussten es schon seit der Vergabe quasi, dass es scheiße ist. Wir haben in den letzten Jahren so vieles mitbekommen von Toten, über 16.000 Menschen, die gestorben sind. So Zwangsarbeiter mehr oder weniger. Oder halt die Arbeitsunfälle hatten. Es ist kacke. Aber ich weiß nicht, ob man wirklich so konsequent sein kann, das komplett durchzuziehen. Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass diese Zahl anscheinend nicht so safe sein soll. Auf Twitter. Hast du auch gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Das klingt aber sehr nach. Es waren noch keine 6 Millionen. 6 Millionen sowieso nicht. Da ging es doch irgendwie um 16.000 oder so. Ja, ich weiß. Das war nur der Vergleich, den ich machen wollte. Klingt ein bisschen danach. Es waren noch keine 6 Millionen. Meinst du den Holocaust? Ja. Oh mein Gott, Bro. Ja, das sage ich doch. Also jetzt spielst du echt mit dem Shitstorm. Nein, ich meinte ja. Okay, okay. War das hier Holocaust-Relativierung? Nee, von mir ganz sicher nicht. Von mir ganz sicher nicht. Warte mal kurz. Tote. Katar. 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 Und schon wieder machst du einen Schweizer raus. Jetzt habe ich wieder einen Schweizer gemacht. Ja, du hast recht. Du hast es mit der Schweiz, gell? Ich mag die Schweiz. Also ich würde gerne in der Schweiz, ich würde gerne Schweizer Gehalt passieren. Achtung. Faktencheck von der Deutschen Welle. Obwohl vielfach so interpretiert, hat keine der beiden Quellen behauptet, dass all diese Menschen auf Stadionbaustellen oder im direkten Kontext der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft zu Tode gekommen sind. Beide genannten Zahlen schließen ganz allgemein Ausländerinnen und Ausländer ein, die in Katar gestorben sind. Die Zahl 15.021 aus dem Amnesty International Report stammt aus den offiziellen Statistiken der katarischen Behörden der Jahre 2010 bis 2019. In den Jahren 2011 bis 2020 haben die Behörden demnach 15.799 Todesfälle von Nicht-Kataris in Katar erfasst. Die schließt also nicht nur geringqualifizierte Baustellen, Arbeiter, Sicherheitsleute oder Gärtner, sondern auch Lehrer, Ärzte, Ingenieure, Geschäftsleute ein. Manche von ihnen stammten aus Entwicklungsländern, andere aus Schwellen- und Industrieländern. Eine genaue Aufschlüsselung lassen die katarischen Statistiken nicht zu. Die Guardian-Autoren kommen auf 6.751, weil sie sich bei ihrer Recherche auf Menschen aus Bangladesch, Indien, Nepal, Pakistan und Sri Lanka beschränkt und die Zahlen von Behörden der Herkunftsländer abgefragt haben. Aus diesen fünf Ländern stammt ein erheblicher Anteil der ausländischen Arbeitskräfte in Katar, insbesondere der Nicht- oder Geringqualifizierten. Das heißt, 15.000 ist höchstwahrscheinlich sowieso Quatsch. Also wenn, dann bewegen wir uns halt eher so im Bereich 6.751. Und ich würde behaupten, dass es trotzdem eine nicht zu vernachlässigende Zahl ist. Es ist halt die Frage, wie viele Menschen sterben an sich halt auch jedes Jahr. Ja, man müsste das irgendwie besser vergleichen können beziehungsweise eine Aufschlüsselung vielleicht auch der Länder, wie die ja vorhin gesagt haben, was ja die Kataris nicht gern hergeben wollen. Ist so. Ich finde es schwierig, einfach mit der Todeszahl zu hantieren. Darf ich da was? Ja klar. Aber ich finde die Umstände, unter denen die Arbeiter dort leben, reichen doch aus, um die Veranstaltung zu kritisieren. Ich finde das irgendwie gefährlich, mit so einer Zahl zu hantieren. Und wenn die dann nicht stimmt, dann kommt das Ganze halt ins Wanken. Und in dem Fall ist es ja so. Die meisten haben mit dieser Todeszahl argumentiert und die ist halt einfach nicht 100% belastbar. Okay, dann lass es 6.000 sein. Weil diese 6.000 hat man ja ermittelt. Ja. Dann sind das ja auch 6.000 Menschen. Ja, und von diesen 6.000, wie viele wären auch so gestorben? Wenn sie nicht in Katar gewesen sind, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, okay. Weiß ich nicht. Aber das wird nicht so ein erheblicher Teil sein, Bro. Kann sein, kann nicht sein. Ich weiß das nicht. Also, ich gehe davon, guck mal, verstehe mich nicht falsch, ich gehe schon davon aus, aber wissen tue ich es nicht. Kennst du die Todesumstände dieser 6.000 Menschen? Also, ich nicht. Nein, die kenne ich auch nicht. Ja, also. Aber es werden schon einige von diesen 6.000 Menschen, werden schon, ich glaube schon, dass ein Großteil was mit den Baustellen zu tun haben wird. Ja, werden schon, ich glaube schon. Das ist halt nicht hieb- und stichfest. I know, I know. Reicht halt nicht dann so um. Also, ich glaube das auch. Ich glaube das auch. Ja. So, aber ich würde das nicht als Argument benutzen, weil es ist nicht belastbar. Ja, okay. Das haben wir ja gerade gelesen in dem Fakten, das war ein Faktencheck von der Deutschen Welle. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass der zutreffend ist. Also, das heißt aus diesen Zahlen, auf die sich dieser Guardian-Artikel beruft, kannst du das gar nicht rauslesen, weil da gibt es keine weitere Informationen. Aber da ist ja zu unterscheiden. Da ist ja zu unterscheiden. Wir haben einmal den Amnesty International-Bericht mit den 16.000, mit den 15.000 irgendwas. Der wurde aber dann von Guardian gecheckt und Guardian sagt, wenn wir jetzt nur diese vier Länder entnehmen, dann sind es diese 6.000 Personen. Ja, aber der Amnesty International-Bericht ... Der ist ja der falsche. Oder der Bericht ... Der berief sich einfach generell auf ausländische Tote in der Zeit in Katar und hat nichts mit der WM zu tun gehabt. Ja, ja. Und die von Guardian haben sich das einfach selber so ausgerechnet. Weil sie diese Länder ... Weil sie die anhand der ... Weil aus diesen Ländern die absolute Mehrheit der billigen Arbeitskräfte kommt. Genau. Ja, aber dadurch hast du immer noch nicht die Todesursachen. Du weißt nur, dass die gestorben sind. Ja, Bro, aber du wirst doch einen sehr großen Richtwert haben, oder nicht? Was meinst du mit Richtwert? Also ich ... Weiß ich. Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass von diesen 6.000 Leuten, wo wir jetzt die Todesursache nicht kennen, es ist jetzt wieder Glauben und Denken, aber ich glaube schon, dass ein Großteil davon mit dem Bau von irgendwelchen Infrastrukturen beschäftigt gewesen ist. Ja, ich auch. Aber das heißt trotzdem nicht, dass sie deswegen gestorben sein müssen. Es kann sein, dass einer gestorben ist, weil der Vieh geraucht hat. Der andere hat einen Autounfall. Also guck mal, die können an allem Möglichen ... Ja, Bro, aber dann zieh das mal alles raus. Ja. Zieh das mal alles raus. Ja. Lass von mir aus 1.000 Leute auf wundersame Weise sterben. Was ist mit dem Rest? Das muss ja gar keine wundersame ... Oder halt auf normale, natürliche Art und Weise sterben. Oder auf alltägliche. Ja, ja, gar keine Frage. Nur, du kannst es nicht genau benennen. Ja. Und dadurch ist für mich diese Zahl einfach nicht belastbar. Das ist schwierig. Man muss die ganze Zeit schätzen. Ich glaube höchstwahrscheinlich, das wird ja wohl so sein, ja. Ja, okay. Da bin ich ja bei dir. Das ist einfach ... Das ist genau das, was wir der Gegenseite vorwerfen. Kann man dann auch uns vorwerfen, wenn wir das als Argument benutzen. Und deswegen ... Ich war da von Anfang an so unsicher, wie ich mit dieser Zahl umgehen soll. Und jetzt, wo ich das da sehe, bin ich da erst recht bestätigt darin, dass man diese Zahlen nicht wirklich als Argument benutzen kann. Mit Vorsicht zu genießen, also ... Nee, du kannst einfach für dich selber davon ausgehen, dass das so ist. Aber wenn du mit Leuten diskutieren möchtest, die das alles abstreiten oder mit Whataboutism ankommen, ja, aber was ist damit und damit und der Konflikt ist viel schlimmer und du dann diese Zahl bringst und der andere dir dann sagt, ja, weißt du, woran die gestorben sind, dann stehst du halt dumm da. Dann ist halt deine Position schlechter. Okay, ja, das auf jeden Fall. Ja, das meine ich. Da können wir uns einig werden. Ja. Da werden wir uns einig. Ja, das meine ich halt. Deswegen, ich würde eher argumentieren, also, wenn Leute diskutieren darüber, ob man die WM in Katar jetzt, wie nennt man es, boykottieren sollte oder nicht, dann, finde ich, ist ein viel wichtigeres Argument, wie diese Arbeitskräfte an sich dort leben unter was für Umständen. Da gibt es ja genügend Dokumentationen, wo man das sieht und wie schlecht die bezahlt werden und dass denen während ihrer Arbeitszeit der Reisepass weggenommen wird und lauter solche Sachen, das sind für mich viel, das sind viel triftigere Argumente als diese Todeszahl alleine, weil diese Zahl einfach nicht präzise ist. Ja. Okay, die Zahl ist nicht präzise, aber es ist auf jeden Fall ein großer Missstand. Alles in allem. Ja, ja, hundertprozentig. Und ich gehe auch davon aus, dass voll viele wegen den schlechten Umständen gestorben sind. Aber du hast einfach, also man müsste eine Statistik haben, die das ganz genau benennt, die alle Todeszahlen durchgeht, die Ursache, den Ort und so weiter und so fort, eine Autopsie oder was weiß ich was und dann könntest du sagen, es ist sicher, wegen der WM von der FIFA in Katar sind so und so viele Menschen gestorben. Aber das geht ja nicht. Das meine ich. Ja. Verstehe. Dann ist man einfach in einer schwachen Position argumentativ und die Gegenseite, ich würde das bei der Gegenseite auch nutzen. Wenn mein Gegenüber so ein Argument bringen würde, so wie bei Corona halt immer dieses, Ja, aber es sind gar nicht alle an Corona gestorben. Manche sind auch an einem Autounfall gestorben. Mit und an und so. Weißt du, was ich meine? Das ist halt, da bewegst du dich halt auf ganz dünnes Eis argumentativ. Ja. So ist das. Ja. So ist das. Was gab es sonst Neues diese Woche? Ähm, das ist eine sehr gute Frage, die ich dir gerade aktuell, weiß ich nicht. Ich war im Kino, ich war auch im Kino. Ich habe aber Rheingold nicht gesehen, ich habe einen anderen Film gesehen. Du warst in Wakanda Forever, in dem gehatetsten Film. Der ist gerade, der ist voll gut, Mann. Ich fand den voll gut. Wieso wird es jetzt wieder dunkel? Das fuckt mich ab. Ich habe es doch gerade ausgeschaltet. Erzähl mal, wie du den Film fandest. Erzähl mal. Okay, ich sag dir, wie ich den Film fand. Also ich fand den Film sehr nice. Mir hat diese ganze Prämisse gut gefallen. Mir hat gefallen, wie mit dem Tod von Chadwick Boseman umgegangen worden ist, dem wurde, also meiner Meinung nach, wurde dem auch irgendwie der nötige Respekt gezeugt. Ja, wenn das überhaupt so möglich ist. Aber es war auf jeden Fall ein cooler Film. Die Action war nice, der war lustig. Und ich habe kein Problem damit, dass da fast nur Frauen oder POCs in dem Film mitgespielt haben. Ist das wirklich so? Weil das ist ja der Hauptkritikpunkt bei Twitter gewesen, dass Leute gesagt haben, da sind nur Frauen und POC. Was heißt POC? Person of Color. Alle möglichen Couleur. Also nicht nur Schwarze, sondern auch Araber. Allermöglichen Couleur. Okay. Genau. Ich will jetzt gar nicht groß so zu sehr auf den. Ich will nicht spoilern. Ja. Okay. Aber es haben auch genug Weiße mitgespielt. Oder es haben auf jeden Fall auch Weiße mitgespielt. Wie viele würdest du ungefähr schätzen? Drei, vier, aber die hatten halt auch Rollen. Also ernsthaft, in dem ganzen Film waren drei, vier Weiße nur. Ja, aber was ist da so schlimm daran? Da ist nichts Schlimmes daran. Es geht ja um Wakanda, alter Bruder. Was sollen da ein weißer Wakanda machen? Ich weiß gar nichts über den Film. Ja, also das ist, ich verstehe nicht. Ach so, warte mal ganz kurz. Der Film spielt also in diesem afrikanischen, das ist ja ein Fantasieland, in diesem Afrika, aber dieses Fantasieland ist ja in Afrika. Genau. Das spielt in einem afrikanischen Land, also auf dem Kontinent Afrika. Zum Teil, ja. Hä? Wie, warte, was heißt zum Teil? Es sind ja verschiedene Dinge und es gibt zum Beispiel eine Szene, da ist man vor den United Nations. Ja. Und da sieht man halt auch Weiße. Wo ist denn da euer Problem? Okay, aber nochmal, damit ich das verstehe, weil ich weiß ja gar nichts über den Film. Ich kenne nur Black Panther. Ja. Und Wakanda, weiß ich, ist das Land, wo der Black Panther herkommt. Und das ist ja ein Land in Afrika. Genau. Okay, und der Film spielt die meiste Zeit in diesem afrikanischen Land. Entweder dort oder an irgendeiner, die Sache ist, er spielt auch zum Teil in den USA, aber da sieht man auch ganz normale Menschen. Ich verstehe, das ist von mir. Eie, was sind ganz normale Menschen? Nee, also normale Menschen im Sinne von das, was du halt auf den Straßen siehst. Ja, gemischt, vielfältig. Gemischt, vielfältig. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass man jetzt irgendwie mit Absicht nur Frauen gecastet hätte oder sonst irgendwie was. Da waren auch genügend männliche Charakter, die auch nice waren, die auch cool waren. Also von dem her... Aber würdest du sagen, das waren Alpha-Mails oder Beta-Mails? Es gab auch genug Alpha-Mails. Ich verstehe diese ganze Diskussion verstehe ich einfach nicht. Schaut euch den Film an. Ich fand den nice. Ich weiß nicht, fand den Nizar gut oder der fand den wahrscheinlich scheiße? Der fand den scheiße. Der hat auf Twitter geschrieben. Nizar, du hast keine Ahnung, Alter. Ohne Witz. Ich feiere... Normalerweise sind wir uns bei Filmen oftmals einig. Mit Nizar? Ja, immer wieder. Er hat schon einen guten Geschmack manchmal, obwohl er ein bisschen so auf so Oldschool-Bloodsboard und so Dinge hängt. Finde ich aber auch geil. Finde ich auch geil. Aber Bro, es gibt... Du Macho. In den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren wurden noch andere Filme gemacht, die auch geil sind. Ja, Nizar hängt einfach so ein bisschen an der Vergangenheit. Aber das liegt daran, dass es früher nicht so außergewöhnlich war, wenn man aus dem Elfenland kommt. Nee, aus dem... Nee, wie heißt das nochmal? Aus dem Zwergenland kommt. Jo, okay. Das macht die unter euch aus. Das sagt der doch selber immer. Ah, okay. Nee, was sagt der immer, was er ist? Nee, ich hab's vergessen. Irgendwas aus Herr der Ringe sagt der immer, dass er ist. Also früher, jetzt mittlerweile steht der ja schon zu seiner wahren Identität. Die wäre? Jude. Nee, Spaß. Tunesier. Apropos Jude. Schaut euch ein sehr, sehr gutes Special an von Ari Shafir. Das ist so ein Comedy-Special. Das heißt Jew. Da geht's halt irgendwie so darum, wie er aufgewachsen ist und weil er halt auch so orthodox, äh, orthodoxer Jude ursprünglich war und halt auch so orthodox aufgewachsen ist. Und das ist so ein Comedy-Special. Das geht eine Stunde und 20 Minuten. Äh, ist cool. Ist geil. Ich fand's sehr, sehr geil. Sehr, sehr lustig. Äh, kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Okay. Ja. Ist halt aus seiner Perspektive so. Das war cool. Cooles Ding. Cooles Special. Ja, aber, äh, um, um auf Wakanda Forever zurückzukommen. Mir hat der gefallen. Mir hat der gefallen. Ich hab ihn auf Englisch gesehen. Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch ist. Weil, es waren halt so Sachen dabei, wie, ähm, du kennst diesen Martin, Martin Shaw, Shaw, oder wie der heißt, der auch bei Ali G mitgespielt hat, der Kumpel von Ali G war, der bei Sherlock Holmes mitgespielt hat. Äh, der eigentlich Brite ist. Der ist ja, der ist ja eigentlich Brite. Und, äh, dort hat er halt einen amerikanischen, so einen FBI-Agent gespielt. Und dann musste er halt so amerikanisch reden. Und gerade was das Thema, so, ja, so, Aussprache angeht, gerade in Wakanda und so, haben die halt auch, äh, sehr afrikanischen, äh, Twang gehabt in der Stimme. Äh, beziehungsweise so, so ein Dialekt-Akzent, Akzent gehabt. Äh, unter anderem auch Angela Bassett, die ja eigentlich aus den USA kommt, so, Amerikanerin ist. Äh, deswegen, ich kann, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch ist, aber auf Englisch hat der mir gefallen. Wo hast du den auf Englisch geguckt? Im Kino. Gibt's in FN extra Vorstellungen auf Englisch? Ja, zwar nicht so oft, also einmal die Woche, einmal die Woche kommt irgendwann eine Vorstellung auf Englisch, Originalvorstellung. Von einem Film oder von allen? Von einem, so meistens ein, zwei Filme verschiedene. Okay. Ja, also es ist jetzt nicht die größte Auswahl, aber, äh, das mach ich immer wieder. Ich hab auch Joker auf Englisch im Kino gesehen und so. Und was waren da so für Leute im Kino? Äh, das Kino war halb voll, ähm, es waren ein paar Expats, so, das hat man schon gemerkt, so Ingenieure halt. Ach so. So, die, oder so Ingenieure, IT-Leute, die da halt, äh, aus, äh, Indien oder, oder, äh, Pakistan kommen. So haben wir auch einige bei uns, in der, die in der Industrie beschäftigt sind. Da hab ich ein paar gesehen. Und ansonsten war ein super jung, so ein super junges Publikum. Eher so Abiturienten, so. Krass. Ja. Genau. Aber, ich kann ihn empfehlen, mir hat er gefallen. Ich fand ihn auch nicht langweilig. Ich fand die Story nice. Es wurde viel, so, äh, aus Mythologie auch so, äh, adaptiert, aus der Mythologie adaptiert. Aus welcher Mythologie? Aus der griechischen Mythologie. Oh je, warte. Und was wurde da behauptet? Nein, nein, nein. Es wurde nicht, es wurde nur leicht adaptiert. Zum Beispiel? Zum Beispiel, äh, Sirenengesänge. Ja. Sirenengesänge. Mehr kann ich nicht sagen. Ich will nicht spoilern. Ach so, ich weiß, gar nicht, ob ich mir den angucken werd, Bro. Ich bin ehrlich. Ja, aber ich will den Leuten auch nicht spoilern. Ach so, ja, okay. Können wir auch nicht machen. Ja. Ja, so, das ist eine Sache, die, äh, so adaptiert worden ist. Ich krieg da, manchmal nervt mich das, so, zum Beispiel, äh, Troja. Ja. Mit Brad Pitt. Ja. Oder, die Griechen sahen aus wie Skandinavier. Das ist... Achilles, der blonde Achilles. Ja, oder so wie US-amerikanische weiße Football-Spieler. Bei 300, ehrlich gesagt, auch so. Da haben sie bei ein paar darauf geachtet, dass die dunkles Haar haben und so, bei dem Hauptdarsteller, bei Gerard Butler. Ja. Also grundsätzlich sahen die meisten auch einfach wie, wie skandinavische Football-Spieler aus. Das weiß ich nicht. Mich nervt das manchmal so ein bisschen, weil ich finde, da wird auch, ich finde, das kann man durchaus als Cultural Appropriation bezeichnen, weil da wird auch einfach so ein bisschen das Hack weggenommen. Weißt du, was ich meine? Wenn die, wenn, 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 äh, äh, Teso ist Grieche war, wenn, äh, äh, Leonidas Grieche war, wenn, äh, Herkules und was weiß ich, was Grieche war, dann ist es halt, hat so einen komischen Beigeschmack, wenn das dann so Leute spielen, die halt so auf gar keinem Auge Griechen sein könnten. Aber das ist ja, äh, was Hollywood, das macht ja Hollywood schon seit Jahren. Ja, ich weiß. Also seit den 70ern, 80ern. Äh, Al Pacino, Al Pacino ist kein Kubaner, so, oder so Scarface. Ja, aber man könnte ihm glauben, dass er einer ist. Das ist so zumindest, also weißt du, was ich meine? Ich erwarte ja jetzt nicht, dass jeder einzelne, Darsteller von, äh, von bei 300 Grieche ist. Ist schon okay, dass die keine Griechen waren. Aber wenn, wenn die wenigstens so optisch in der Nähe sind, sodass es auch halt, also guck mal, wenn, wenn ein griechischer Junge, äh, in einem Film griechische Helden sieht, die einfach ganz anders aussehen als er, die so gar nicht beharrt sind, und so, so glatte, glatte, weiße, helle, orangene Haut und blonde Haare haben, dann identifiziert er sich auch mit seiner eigenen History, mit seinen eigenen Wurzeln irgendwie weniger, finde ich. Ja, okay, das stimmt. Da wäre was dran. So, überleg mal, was los ist, wenn jetzt, äh, Thor plötzlich schwarz wäre. Ja, okay, aber dann ist ja, das ist ja das was, worüber sich der Nizar auch immer aufregt, um wieder bei Nizar zu sein. Sorry, Nizar, Alter. Da gibt es ja irgendwie diese Netflix-Serie, die ja so bekannt ist, Bridgerton oder sowas. Kenn ich nicht. Äh, die ist auf jeden Fall sehr bekannt, bei, äh, vor allem so, ist halt so liebesmäßig, glaube ich, ich weiß es nicht, aber bei, bei Frauen, vielen Frauen mögen das, also nicht alle, aber einige, und, ähm. Sehr sexistisch. Ja, ich weiß, ich bin ein Sexistisch. Ähm, und da ist auf jeden Fall, geht's, geht's irgendwie darum, du spielst irgendwie im 17. 18. Jahrhundert, und da sind halt voll viel Schwarze so. Und da regt der, das macht auch keinen Sinn, das macht auch irgendwie keinen Sinn. Ja, ich mag sowas nicht so, bin ich ehrlich. Also ich find's geil, wenn, wenn Fantasy-Rollen neu besetzt werden, also ich, ich würd's geil finden, äh, äh, keine Ahnung, ein schwarzer, James Bond find ich geil. Auf jeden Fall. Ein, ein schwarzer Superman würd ich geil finden, weil das, das ist, das sind alles, das ist alles komplett Fantasy. Aber wenn's um Geschichte geht, dann find ich das manchmal so ein bisschen, weiß ich nicht. Es ist unauthentisch, es fühlt sich so merkwürdig an, so, wer soll das denn glauben, Bro? Okay, okay, ja, ja. Ich find's nicht schlimm, so, also ich wär der Letzte, der jetzt im Internet, ja, was soll, das ist alles scheiße und so, das darf's gar nicht geben und so, aber ich persönlich zieh mir das dann nicht rein, so, ich find's dann so, ja, ich erinnere mich, ich hab mal irgend so einen Film gesehen, wo, äh, ich weiß es nicht mehr genau, wo es halt so, boah, ich weiß es nicht mehr genau, schwarze Ritter gab oder sowas. Okay, ja, ja. Ja, und das ist halt so, dann denk ich mir so, Alter, das ist auch irgendwie, irgendwie fühlt sich's auch falsch an, weil von den echten Rittern wären Schwarze wahrscheinlich ganz und gar nicht gut behandelt worden in der Zeit, verstehst du, was ich meine? Und das verharmlost ja dann irgendwie auch die History irgendwo auch, weil dann wird ja so getan, hey, die waren damals ultra divers und, Das ist halt das eine Argument, also die eine Seite würde so argumentieren, die andere Seite würde dann halt so argumentieren und sagen, okay, aber du schaffst eine, dadurch, dass du die Repräsentanz schaffst und wenn du jetzt gerade ein neues Publikum hast, dann hast du so das Gefühl von Inklusion. Ja, ich weiß, aber es verwischt einfach die, die reale Vergangenheit. Wenn es um historische Fakten geht, ja. Ja, und das finde ich halt so, wie gesagt, wenn es Leuten gefällt, sollen die sich das reinziehen. Ich bin niemand, der das nicht da haben will oder der das findet, dass man muss das verbieten oder es muss verhindert werden, aber ich persönlich ziehe es mir dann einfach nicht rein. Das ist für mich so unglaubwürdig. Ja. Einfach. Um auf Wakanda Forever zurückzukommen, ich verstehe diesen Hate nicht. Ich fand den sehr gut. IMDb ist auch gut. Also wenn ihr so IMDb mehr vertraut als mir, dann schaut euch mal die IMDb an von dem Film. Er ist gut. Ich fand ihn geil. Also ich muss sagen, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, aber wenn es ein Film ist über dieses afrikanische Land, dann weiß ich gar nicht, was die Leute so rumheulen. natürlich. Es geht um den Black Panther, Ja, also dann ist ja wohl normal, dass da nicht so viele Weiße zu sehen sind. Ja, das ist auch... Das wäre wie wenn du dich beschwerst, wenn in einem Film über den Kuglux-Laden nicht genügend Schwarze zu sehen sind. Weißt du, was ich meine? Jawohl. Auch wenn der Vergleich jetzt ein bisschen extrem ist. Aber ich weiß, was du weißt. Ja. Ja. Wir waren heute schon bei Extremvergleichen einmal richtig daneben gegriffen heute. Okay, egal. Scheiß drauf. Was gibst du noch zu erzählen? Ich, also eigentlich wollte ich Musik machen, so, ich wollte an meinen, ich habe so ein paar Songs vorbereitet, wollte ich Musik machen, hat irgendwie nicht geklappt, deswegen sind wir hier. Alles gut. Deswegen sind wir hier, nehmen Podcast auf. Bisschen Podcast-Material, ja. Ja, machen wir jetzt auch mal, mal wieder, nehmen wir vielleicht ein oder zwei auf. Mal schauen, ja, wir können schon eine zweite aufnehmen. Das würde ich doch echt befürworten. Das machen wir, das machen wir. Aber dann halt irgendwie eine zeitlose. Ja, kein Problem. Okay, Man kann auch mehrere kurze machen. Muss ja nicht immer so lang sein. Und dann so anders releasen, vielleicht so austesten, die Wasser austesten und so. Oder so eine thematische Folge. Irgendwas, warum, wir machen. Also guck mal, Animus bringt zurzeit Podcast-Folgen raus, die gehen zehn Minuten, Bro. Ja, okay, aber das ist Stretching, Stretching ist dein Vater, Ist auch okay, nur ich, ich sehe da gar keine feste Regel. Ich finde Podcast kann mal, eine Folge kann mal länger, eine Folge kann mal kürzer sein. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Ja, aber auf der anderen Seite finde ich es halt cool, wenn man so einen Tag hat und sich so freuen kann. Ja, na klar. Das ist ja bei mir auch so. Ich habe, es gibt ja so Podcasts, die ich gerne höre und dann freue ich mich immer, heute ist Freitag, heute ist das und so. Ich weiß, aber ich zum Beispiel höre mir auch gerne einen Podcast an, der sich authentisch entwickelt und dann auch irgendwann endet und wenn man halt, also deswegen, ich gucke ja, wenn wir aufzeichnen, gar nicht auf die Uhr, das heißt, ich habe gar keinen blassen Schimmer, wie lange wir gerade aufnehmen. Also wegen mir könnte jede Folge anders lang gehen, weil wenn sich das irgendwie so anfühlt, dass es nichts mehr gibt, dann macht man einfach Ende. Ich finde halt alles über eine Stunde ist halt cool, so für mich, für mich persönlich. Ich weiß nicht, wie geht es euch, wollt ihr längere, so worauf hattet ihr Bock? Das würde mich auch interessieren. Ich finde es unterschiedlich, vom Podcast zu Podcast. Bei manchen Podcasts mag ich das, wenn die Folgen so lang sind, bei anderen Podcasts mag ich das lieber, wenn die Folgen kürzer sind. Wenn die Folgen so 40 Minuten, 50 Minuten sind, da mag ich das sogar lieber. Das ist ganz unterschiedlich. Jetzt ist ja wieder einer meiner Favorite Podcasts in die zweite Staffel gegangen, Cui Bono. Ich habe mir heute die erste Folge reingezogen. Ich habe auch nur die erste Folge gesehen. Es gibt ja auch nur die erste bis jetzt. Diesen Donnerstag kommt die zweite. Oder auf RTL Plus hast du die ersten vier. Im Ernst? Das ist ja richtig chöp. Auf RTL Plus kannst du dir die ersten vier anhören. Gut, ich habe RTL Plus. Also ich habe es nicht, ich habe einfach den Account von jemandem. Ja, genau. Liebe Grüße. Sollen wir unseren Podcast da auch hinbringen? Können wir machen. Ja. Ich muss den nur den... Mich würde es freuen, wenn es endlich mal bei Apple klappt, Amunakko. Ja, dann musst du jetzt wieder aktiv werden. Es hat ja nicht geklappt letztes Mal. Ja, wir müssen da nochmal reingehen. Auf jeden Fall. Die erste Folge der zweiten Staffel Cui Bono geht 42 Minuten. Ja. War geil. Und das ist ein spannender Podcast, wo ich lange zuhören könnte. Ja. Und trotzdem fühlt sich das jetzt aber irgendwie nicht so falsch an, dass die Folge so und so geht. Wenn ich jetzt Quark Science Cops gehe... Eine Stunde. 50 Minuten, glaube ich. Unterschiedlich. Ja. Also da... Es gibt Folgen, die gehen 50 Minuten. Da hast du natürlich vollkommen recht. Aber es gibt auch Folgen mit 45 Minuten, 44 Minuten. Ja, okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Was gibt es noch? Neues Podcast. Die gehen auch 30 Minuten. Also falls es den Leuten schon aufgefallen sein sollte, bei uns ist es in der Regel so, ich gucke immer, bis wir... Du guckst immer, du hast immer so das... Dir ist es halt wichtig, dass wir so eine gewisse Spiellänge haben. Mir persönlich nicht. Ich finde es nicht schlimm, dass du darauf achtest. Nur ich mache es zum Beispiel nicht. Weil ich finde, es muss halt einfach so... Wir müssen halt wirklich auch Gesprächsstoff haben. So auf Zwang, das irgendwie so zu strecken. Nicht, dass wir das bis jetzt gemacht hätten. Es gibt ja auch kurze Folgen von uns. Ja, ja, ich weiß. Relativ kurze. Ich weiß. Und ich finde das auch richtig so. Ja, ja, voll. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Genau. Kuibono, wie fandest du die erste Folge? Sehr interessant. Ich auch. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich... Also ich muss sagen, ich habe erst vor paar Jahren das ganze Ausmaß von diesem Drachenlord-Thema verstanden. Ich habe das früher immer nur so am Rande mitbekommen. Drachenlord hier, Drachenlord da. Ein paar Memes. Ich habe aber nie gecheckt, was es damit so wirklich auf sich hat. Ich dachte einfach, so ein peinlicher Typ, über den es ein paar Memes gibt. Aber ich wusste nicht, dass das so eine krasse Eigendynamik hat, dass da so eine komplette Bewegung entstanden ist, die sich zur Aufgabe gemacht hat, ihn halt Cyber zu mobben. Und das war mir nicht bewusst. Und ich wusste auch nicht, dass es angefangen hat mit dieser, äh, 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 hab schon wieder vergessen, lustig lachen Plattform. Achso, ja, ja, genau. Irgendwas, ja, lustig lach, irgendwas. Ja, äh. Lach doch oder sowas. Ja, wusste ich nicht. Ja, ich wusste es auch nicht. Ja. Ist schon heftig. Lach mal? Weiß ich nicht. Irgendwie sowas, ja. Ja, auf jeden Fall sehr zu empfehlen, die zweite Staffel. Also ich, ich muss echt sagen, ich finde der, der Cash-Roberos. Komm in den Podcast, Cash-Roberos, sehr gerne. Den, den ich, den ich bei der ersten Staffel Cui Bono immer nur durchs Hören als Cash, so wie Cash-Roberos. Ich dachte immer, der ist Spanier und, und hat so einen coolen, kennst du so wie, kennst du so wie, wie heißt dieser deutsche Schauspieler, dieser weißhaarige? Äh, 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 du weißt, wen ich meine. Äh, 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 der weißhaarige Schauspieler, der heißt Sky Dumont. Ah, Sky Dumont. Bruder, was ist das für ein Name? Sky Dumont. Ja, ja, ja. Wie heißt der denn echt? Keine Ahnung. Der hat sicher einen anderen Namen. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass der wirklich Sky Dumont heißt. Aber ich dachte, Cash-Roberos ist auch so ein Name. Cash-Roberos. Und dabei heißt er einfach Cash-Roberos. Ja. Der ist Perser, oder? Ja. Aber er spricht seinen Namen selber so komisch aus. Hey, das ist ein Podcast von Blabla. Von Studio Bono und mir, Cash-Roberos. Ja, und sein, hast du sehr gut nachgemacht. Ja, der fängt das immer an. Ich mag das total. Ja, ich find's auch cool. Hey. Find ich geil. Ja. Ist auf jeden Fall geil. Äh, ja, die zweite Staffel ist bisher sehr interessant. Ich freu mich auf die weiteren Folgen. Und ich freu mich auch auf die Netflix-Serie, die kommen wird. Wie, was für eine Netflix-Serie? Ja, es gibt eine, es wird bald eine Drachenlord-Netflix-Serie kommen. Krass. Ja, so Doku, Doku-mäßig. Auch von denen aber. Weiß ich nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es so eine Doku sein wird. Okay. Doku-Serie. Was ich ebenfalls entdeckt habe, was aber schon länger erhältlich ist, ist ein weiterer Podcast vom rbb-ndr. Und das ist auch wieder von Cash-Roberos. Legion, hab ich gehört. Legion, ja. Hab ich auch gehört. Fand ich auch gut. Über Anonymous. Ja. Sehr krass. Ja. Sehr krass. Und der ist aktuell in der fünften Folge. Und, also da kommt auch, glaube ich, jetzt jede Woche eine neue Folge. Ich bin echt gespannt. Ja. Ich finde den auch gut. Also gerade gibt es echt spannende Podcasts. Gefällt mir. Abgesehen von Manamia natürlich. Der ist scheiße, oder was? Nein, wir sind der Spannendste. Ach so. Ja. Okay. So wollte ich das machen. Ja, genau. Was guckst du da in deinem Handy gerade? Ich habe gerade noch weiteren Podcast-Empfehlungen geguckt. Okay, habe ich eine Podcast-Empfehlung? Habe ich eine Podcast-Empfehlung? Ich habe ein paar nice Podcasts auch gehört, aber ich wüsste jetzt gerade nicht aus dem Steg, Ralf. Dann brauchen wir keine weitere. Dann ist egal. Brauchen wir nicht empfehlen. Entschuldigung. Welche Themen, was ist denn diese Woche noch passiert? Lass mal kurz überlegen. Ist es keiner gestorben, oder? Diese Woche ist mal keiner gestorben? Kein Rapper ist gestorben? Nee, mein Onkel ist gestorben, aber kein Star. Mein herzlichstes Beileid nochmal. Danke. Es ist mir leid, das wollte ich jetzt gar nicht das Thema so ansprechen. Ich hätte es jetzt auch nicht angesprochen, aber weil du sagst, es ist keiner gestorben, das konnte ich nicht stehen lassen. Ja, hast du recht. Alles gut. Sollen wir so Dieb werden? Wenn du was hast, wo du Dieb werden willst? Wie oft denkst du über den Tod nach? Phasenweise oft und phasenweise gar nicht. Also der Tod spielt schon eine große Rolle in meinem Leben, deswegen mache ich auch Musik, deswegen mache ich auch das hier, weil ich schon als, ich habe schon als Kind voll früh das Bedürfnis entwickelt, irgendwas zu machen, was mit der Aufmerksamkeit der Menschen zu tun hat, weil ich meine persönliche, ich will jetzt nicht Angst sagen oder meine Ehrfurcht vor der Endlichkeit des Lebens halt irgendwie zusätzlich zum Glauben einfach irgendwie damit verarbeiten wollte, dass egal was nach dem Tod passiert, auch wenn ich glaube, dass etwas nach dem Tod passiert, laut meiner Religion, also dass es ein Leben nach dem Tod gibt, Paradies, dies, das, wollte ich trotzdem etwas hier im Diesseits hinterlassen, was mich in den Köpfen der Menschen weiterleben lässt. Und deswegen habe ich dann ganz früh nach Sachen gesucht, wo ich einfach irgendwie eine Bühne bekomme und vor den Menschen etwas tun oder darbieten kann, was den Leuten im Gedächtnis bleibt. Ich weiß noch, ich habe mich als Kind versucht, so als Comedians, ich habe immer so, wir hatten mit dem griechischen Verein immer so Ausflüge gemacht am Bodensee und dann sind wir immer, wir sind glaube ich einmal nach Disneyland, ins Disneyland nach Paris gefahren und sowas. Ach echt, du warst da mal? Ja, als Kind. Okay. Und dann habe ich da während der Busfahrt, bin ich dann so vorgegangen, ich war so ein richtig kleines Kind noch, ich weiß nicht wie alt ich da war, da bin ich vorgegangen und habe am Mikrofon bei dem Busfahrer halt Witze erzählt und die Leute haben so gelacht und ich habe es halt, genossen und habe halt gemerkt, ich will irgend sowas machen. Dann später wollte ich Schauspieler werden, dann wollte ich Fußballer werden und dann habe ich halt mit 14 gemerkt, hey ich will rappen. Aber alles davon hatte immer mit der Aufmerksamkeit der Menschen zu tun. Also ich wollte immer irgendetwas machen, wo andere mir zuschauen. So und ich glaube zumindest, ich weiß nicht, ob man sich so krass selber analysieren kann, ich glaube nicht, dass ich das aus, also ein Stück weit Narzissmus ist bestimmt mit drin, aber ich glaube ich habe es nicht aus wirklich krass narzisstischen Gründen gemacht, sondern tatsächlich wegen dem, ich wollte einfach was hinterlassen. Also ich wollte nicht deswegen auf der Bühne stehen, weil ich der Meinung war, ich bin so geil und alle müssen mich sehen, weil ich einfach so geil bin, schau mal meinen Brustmuskel oder sowas. Sondern wirklich, weil ich, ich wollte für das angeschauen werden, was ich leiste, was ich da biete. Das war schon immer mein, mein oberster Beweggrund dabei. Und das heißt also, dass alles, was ich ja bis heute auch weitermache, hat irgendwie auch mit dem Tod zu tun. Selbst sowas hier hat für mich mit dem Tod zu tun, weil es ist, also mich persönlich, deswegen finde ich es auch manchmal gar nicht so wichtig oder schlimm, wie schnell oder nicht schnell zum Beispiel die Reichweiten wachsen, weil egal was ich tue, also auch unserem Podcast, weil ich mir einfach denke, oder sagen wir mal, keine Ahnung, sagen wir mal, es passiert was Schlimmes und ich sterbe in 5, 6 Jahren. Aber sagen wir auch, ich sterbe erst in ferner Zukunft. Irgendwann sterbe ich. Und höchstwahrscheinlich wird das Internet dann weiter existieren. Und dann können Leute nach meinem Tod einfach gehen und gucken, was ich so gedacht habe über Thema XY, was so meine Einstellung war. Und der Gedanke, der erfüllt mich einfach, weil die Menschen, allein schon nur die Menschen der Generation unserer Großeltern, die hatten diese Möglichkeit nicht. Klar, die von denen, die noch leben, die können das jetzt anfangen. Gibt es auch ein paar. Aber die meisten von denen hatten diese Möglichkeit nicht. Und wenn die jetzt nicht Politiker wurden oder berühmte Musiker oder sonst irgendwas, dann mit ihrem Tod leben sie schon nur noch und mit nur noch, ich will das auf gar keinen Fall abwerten. Ich meine, gerade ist erst, wie gesagt, mein Onkel verstorben. Und der lebt auch nur in Anführungszeichen der Erinnerung von uns, von seiner Familie weiter. Aber wenn du dann eine Generation weiter gehst, dann wird die Erinnerung immer blasser und irgendwann verschwindet die. Also ich weiß über meinen Uropa so gut wie nix. Ich kenne ein Foto von dem. Und genauso wird es dann auch bei deinen Kindern und den Kindern deiner Kinder sein. Und die vorangegangenen Generationen treten immer weiter in den Schatten und irgendwann sind die verschwunden. Es war nämlich, ich war am Totensonntag, Anfang November, 1. November um genau zu sein, war ich mit meinen Kindern auch auf dem Friedhof. Und dann haben die halt, dann waren wir halt am Grab meiner Großeltern, mütterlicherseits, weil die ja hier in Deutschland sind, weil die in Deutschland begraben sind. Und da haben die mich halt auch so gefragt, so, okay, wer ist das so mehr oder weniger? Das ist ja für die auch, die haben ja null Bezug zu meinen Großeltern. Die haben die ja nie kennengelernt. Das ist so nur noch ein weiterer Grabstein für sie. So, die wissen zwar, der Familienname ist ähnlich oder halt der Familienname ist ihnen bekannt. Die verstehen dann auch, okay, ah, meine Cousine heißt genauso, ah, das macht Sinn, mäßig. Und dann kommen dann halt auch so Gespräche wie, okay, heißt du also deswegen, so wie du heißt, so mäßig. Und für die ist es halt ganz schwer. Ja, aber wenn man so über den Tod nachdenkt, der Tod ist halt, um Khalil Gibran zu zitieren, das Leben und der Tod sind eins und unzertrennlich wie ein Fluss, der in das Meer fließt. So, im Endeffekt ist beides irgendwie, ja, die Frage ist, ist der Tod der Klimax des Lebens? Das Studentenfutter habe ich für dich geholt. Geil, danke, Mann. Ist der Tod der Klimax des Lebens, deiner Meinung nach? Was ist Klimax? Der Höhepunkt. Auf gar keinen Fall. Aber für mich nicht. Aber du weißt ja auch nicht, was danach passiert. Nö, aber warum sollte der Tod dann der Höhepunkt sein? Das war auch einfach nur eine Frage, eine sehr provokante Frage vielleicht. Nö, ist nicht provokant. Nur, also für mich ist nicht ersichtlich, warum der Tod der Höhepunkt sein sollte. Für mich ist der Tod, egal ob danach was kommt, aber der Tod ist das Ende von dem, was jetzt gerade läuft. Ja, so kann man sagen. Oder der Tod ist vielleicht ein weiterer Schritt in das Unbekannte einfach. Ja, aber das Unbekannte kann ich halt nicht einschätzen. Deswegen, für mich ist der Höhepunkt im Leben, es gibt nicht einen Höhepunkt, glaube ich nicht. Es gibt einfach viele Höhepunkte. Also ich denke immer wieder über so Tod nach, vor allem auch je älter ich werde, denke ich vielleicht mehr darüber nach. Vielleicht auch mit der Verantwortung, die man hat, denkt man mehr darüber nach. Aber irgendwie freue ich mich auf den Film, den ich sehen werde. Weißt du, wie ich meine? Wenn man so diese Lebensmomentaufnahmen sieht, bevor man stirbt. Glaubst du, dass das echt so sein wird? Ich glaube, da gab es sogar irgendwelche Berichte, dass das sein könnte. Dass das schon möglich ist. Ja, du meinst Berichte von Menschen mit Nahtoderfahrung. Genau. Ja, das Problem ist bloß, dass das Menschen sind, die diese Nahtoderfahrung aufgrund von Unfällen oder Operationen oder, also weißt du, was ich meine? Schockzustände. Genau, ihnen ist in diesem Moment auch bewusst, hey, ich sterbe jetzt. Und dann fährt das Gehirn sofort alles ab. Aber guck mal, zum Beispiel mein Onkel, der war eigentlich bis zum Lebensabend, also er war schon älter, der war schon über 70. Aber der war topfit, auch der Einzige von meinen Onkels, weil der nämlich ausgewandert ist in die Staaten. Ach, sehr wohl. Und der war so topfit, der hat immer Sport gemacht und so. Der hatte keine Wampe, im Gegensatz zu allen seinen Verwandten in Griechenland, die, wenn die älter geworden sind, halt so typische griechische Onkelwampen hatten. Der war einfach fit. So, aber er hatte Alzheimer bekommen. Vor drei, vier Jahren. Und dann ging es richtig rapide, sodass er irgendwann gar nichts mehr gecheckt hat. Und dann ist er halt ins, also es ist sehr persönlich, aber dadurch, dass ich hier das nicht namentlich benenne und die Personen, die es betrifft, diesen Podcast sowieso nicht verstehen, erzähle ich es einfach mal. Er ist dann ins Koma gefallen und er ist aus diesem Koma nicht mehr aufgewacht. Und ich bezweifle, dass er in diesem Koma dann sich darüber im Klaren war, hey, ich werde jetzt gleich sterben. Und ich weiß nicht, ob dann das auch wie so ein Film abläuft. Ich denke dann, ich denke ehrlich gesagt, du träumst dann einfach und dann ist es so wie, als ob jemand einfach so einen Lichtschalter ausmacht. Klar. Und ich weiß nicht, ob das dann auch so ist. Ja, wobei irgendwas mit deinem Gehirn passiert ja. Ja, aber man weiß nicht genau, was. Deine Endorphine und so, da muss ja irgendeine chemische Reaktion passieren. Irgendetwas wird passieren in dem Moment. Ja, das ist auch eine, also eine der, eine der, einer der Fakten, der mich immer so positiv gestimmt hat, auch in meinem spirituellen Glauben an ein Leben nach dem Tod, ist diese, ich weiß nicht, ob das Energielehre heißt, aber es gibt ja so einen naturwissenschaftlichen Fakt, dass Energie nie verloren geht. Sie geht bloß über, also Reibungsenergie geht über in Wärmeenergie, Wärmeenergie geht über in was weiß ich was Energie, ich kann das jetzt auch nicht, ich bin kein Physiker, was wollte ich von mir. Aber, also Energie geht nie verloren. Ja. Die bleibt immer bestehen, die wandelt sich nur die ganze Zeit. Das heißt, die Energie, die in mir drin steckt, in meinem Körper, egal was, wir haben ja eh noch nicht alles entschlüsseln können, die verschwindet nicht, sondern die geht in irgendwas anderes über. Und das hat mich immer so ein bisschen positiv gestimmt in Hinsicht der Endlichkeit des Lebens und dem, was danach passiert. Ja, ja. Ich glaube, das ist eine sehr gute Einstellung. Ja. Ich hoffe doch. Ich hoffe auch. Hey, guck mal, ich muss dir was sagen. Meinst du, ich kann mir schnell ein Wasser holen? Willst du kurz weitermachen? Ich kann nicht die ganze Zeit Cola trinken, Alter. Echt? Kannst du es nicht? Es geht schon, aber... Ja, dann hol doch schnell ein Wasser. Ich hole mal ein Wasser. Ja. Ich denke, diese Folge wird heute auch nicht die übliche Podcast-Länge annehmen, die wir sonst haben, sondern ich werde versuchen, den guten Choosen davon zu überzeugen, dass wir ein bisschen kürzer machen, damit wir mehrere Folgen machen können, damit ihr auch mal in den Genuss von mehreren Präsenzfolgen, nenne ich das immer, kommt. Im Gegensatz zu den durchschnittlichen Folgen, wo wir immer mit der Zoom-Konferenz machen. Bist du erkältet, Dickerchen? Ja, so ein Raucherhusten. Ach, ist das ein Raucherhusten? Ich glaube, das ist ein Raucherhusten, ja. Wenn man so ein Raucherhusten hat, gell? Ja. Denkt man da nicht übers Aufhören nach? Ja, das tut man. Ja? Ja. Und dann? Braucht man erst mal eine? Nein, man setzt sich ein Ultimatum. Was man dann nicht einhält? Nee, ich habe das als Ziel vor Augen. Aber das werde ich dir jetzt nicht in der Sendung sagen, was mein Ziel ist, weil ich damit aufhören werde. Aber ich werde damit aufhören. Auch wenn du jetzt sagst, warum hörst du nicht gleich damit auf? Warum hörst du nicht morgen schon wieder damit auf? Nee, selbst morgen ist falsch. Du müsstest jetzt sofort. Also ich habe ja aufgehört. Und ich weiß, also ich persönlich für mich selber weiß, was für mich der einzige Weg war aufzuhören. Einfach sofort. Dieses Vertagen ist genau der Teufel im Detail. Du wirst mit diesen Ultimaten niemals aufhören, glaube ich. Meiner Ansicht nach. Ja. Das ist ein Thema für eine andere Folge. Aber da können wir gerne mal drüber sprechen. Ja klar, in der nächsten, die wir gleich drehen. Okay. Alles klar. Es gibt nämlich eine Sache. Schöne Grüße an Dennis. Dennis, der auch immer wieder Kommentare schreibt. Dennis hat mir eine DM geschickt oder uns, dem Manamiya-Kanal, eine DM geschickt und hat etwas Interessantes gesagt. Und zwar hat er bereits zweimal Kommentare erstellt, die beide nicht durchgegangen sind auf YouTube. Und weißt du, was der gemeinsame Nenner war? Nee. Am Ende hat er geschrieben, no homo, pro homo. Und warum hat er das geschrieben? Warum wohl? Weil es ja unser Slogan war, in den Folgen, no homo, pro homo. Das haben wir nie so gesagt. Nee, wir haben pro homo, no homo. Pro homo, no homo, haben wir gesagt. Pro homo, no homo. Haben wir immer gesagt. Na klar, Alter, ihr wisst das doch auch. Erinnerst du dich? Ja, aber das versteht der Algorithmus halt nicht. Genau. Der denkt, das ist schwulenfeindlich. Genau. Voll krass. Ja. Aber weißt du, was ich auch letztens gemerkt habe beim Upload auf YouTube von meinen Highlights, die ich in letzter Zeit immer regelmäßiger hochlade, was ihr euch auch mal gerne reinziehen könnt. Ja. Du hast die Möglichkeit, bei YouTube Studio einzustellen, ob von vornherein anstößige Kommentare gefiltert werden. Und ich könnte wetten, dass das beim Manamiya-Channel so eingestellt ist. Und deswegen werden auch viele rausgefiltert. Nee, das habe ich nämlich rausgenommen. Echt? Sicher? Ja, das habe ich rausgenommen. Und das ist nämlich das Lustige. Dann weiß ich es auch nicht. Die Kommentare, diese Kommentare sind nicht mal in der Konsole sichtbar. Krass. Dann steht dann zum Beispiel beim Podcast auf der YouTube-Seite steht dann zehn Kommentare von mir aus. Und effektiv sind nur acht sichtbar. Ja, ich weiß. Aber das ist ja zum Beispiel auch so, wenn du Kommentare löscht. Genau, was wir nicht tun. Ja, ja. Das tun wir nicht. Und das heißt, Leute, wir löschen die nicht. Es sei denn, wenn ihr uns beleidigt, dann von mir aus. Aber das ist vielleicht einmal vorgekommen oder zweimal maximal in 130 Folgen. Wie viele sind wir? In 132 Folgen oder so. Also ich habe auch keine Ahnung. Ich habe letztens diese Funktion gesehen, mit dem das unangemessene Kommentare rausgefiltert werden. Habe ich rausgenommen. Und dann dachte ich, vielleicht liegt es da dran. Habe ich es rausgenommen. Aber dann würden die ja in diesen Ordner landen. Es gibt ja diesen Ordner mit zu prüfen der Kommentare. Ah, ja. Genau. Und nicht mal da sind die sichtbar. Das ist echt komisch. Crazy. Ja. Genau, wollte ich dir nur nochmal angemerkt haben. Was? Genau das. Also was da so mit YouTube passiert. Ja, seid ihr einfach kreativ. Formuliert eure Kommentare ein bisschen um. Ja. Und versucht irgendwie. Vielleicht zusammenschreiben. Versucht einfach Dinge, die potenziell anstößig sein könnten, wegzulassen. Oder zu zensieren. Das mache ich ja auch immer wieder. Ich zensiere ja auch manchmal auf YouTube. Stimmt, ja. Zensieren macht absolut Sinn. Ja. Man zensiert das einfach, dann passt das ja. Apropos zensieren. Was sagst du zur aktuellen Lage von Twitter? Was geht da? Wird da zensiert gerade? Nö, das nicht. Aber ich meine generell reden ja alle über den Downfall von Twitter und sowas. Ist das eigentlich nur Gelaber oder? Ey. Aber warum soll denn Twitter jetzt downfallen? Weil sich die Leute für 8 Dollar einen Haken kaufen können. Ja, es ist halt viel Elon Hate dabei, glaube ich. Hast du mal drüber nachgedacht, dir diesen Haken zu kaufen? Nicht im Entferntesten. Warum? Was bringt das mir? Keine Ahnung, sieht cool aus. Wow. Ich habe ja jetzt schon keinen blauen Haken, sowas interessiert mich. Ich habe auch keinen blauen Haken auf Instagram. Hast du nirgends einen blauen Haken? Nein, Bruder, wo soll ich einen blauen Haken haben? Hast du bei Spotify einen blauen Haken? Äh, nein, nicht mal da. Warum? Weil ich das erstmal claimen muss. Ja, warum machst du das nicht? Du kriegst doch direkt, du bist doch der echte Choosen. Ja, dann muss ich das claimen, Alter. Hast du nicht mal bei Spotify? Nee. Warte mal. Ich warte, bis es so 100.000... Dann ist es zu spät. Ja, okay, dann kriege ich das nicht. Choosen. Hier. Ist nicht verifiziert. Tatsache, du bist nicht verifiziert. Nicht verifiziert, ja. Genau, aber... Nichts gut. Ja, sollte ich jetzt machen. Hast du mir da einen Tipp, wie ich das mache? Einfach über Spotify direkt. Mit Facebook, ja. Ich habe doch kein Facebook. Wie soll ich mich über Facebook verifizieren? Ja, vielleicht geht es in der Zwischenzeit mit Dingsbums, mit Instagram. Ich weiß es nicht. Ich habe es damals so gemacht. Aber nur, wenn man blauen Haken hat. Das ist eine gute Frage. Natürlich, Mann. 100%. Okay, warte mal. Lass mich mal kurz gucken, welche Künstler... Wie soll ich mich verifizieren? Ich bin doch hier, Mann. Warte mal ganz kurz. Jetzt muss ich mir echt mal kurz gucken. Ja, das würde mich jetzt interessieren. Ja, also welche kein... Das ist echt interessant. Welcher Künstler könnte... Was ist mit Marvin Baker? Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, schöne Grüße. Da guck, der ist verifiziert. Hat der irgendwo einen blauen Haken? Wahrscheinlich auf Facebook, glaube ich. Aber der hat auch Facebook. Ich habe keinen Facebook. Schon seit 2000... Ich gucke mal kurz, ob der auf Facebook einen blauen Haken hat. ...zehn nicht oder so. Warte mal ganz kurz. Marvin Baker. Bakir. Nee, Bruder, der hat keinen blauen Haken. Ja, okay, dann hat der... Aber er hat Facebook. Aber er hat Facebook. Ja, aber... Was ist, wenn ich mir jetzt morgen eine Facebook-Seite mache? Im Jahr 2022... Ah, warte, jetzt erinnere ich mich. Es ist nicht der einzige Weg über Facebook. Du kannst auch deinen Ausweis oder sowas hinschicken. Ja, das kann ich machen. Ja, also. Das kann ich machen. Also, ich denke schon, dass du das... Mein Reisepass kann ich da hinschicken. Oder mein Ausweis. Also meine Carta di Dintita. Carta di Dintita. Ich denke schon, dass es gehen würde. Kleines Büchlein. Ja, so wie ein Reisepass halt. Ja, nee, eher so ein Heft. So nur drei Seiten. So vier Seiten. Okay. Ja. So eigentlich voll Billo-Papier. Wobei mittlerweile gibt es jetzt auch richtige Carta di Dintita. Aber das ist voll schwierig, da ran zu kommen manchmal. Okay. Aber wenn ich unten bin, versuche ich es nochmal. Stark. Stark. Genau. Ich glaube, wir gehen in die Kommentare rein. Lass uns mal in die Kommentare reingehen. Ja. Ich würde es geil finden, wenn man irgendwann, während wir die Kommentare vorlesen, die auch sehen könnte. So eingeblendet. Das wäre nice. Mhm. Ja, Mann. Aber so, da brauchen wir bessere Cutting-Skills. Bessere Cutting-Skills und vielleicht mehr Zeit auch. Weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn du das kannst, dauert es nicht lang. Ja. Warte mal kurz. Also. Alles gut. Hat keiner gehört. Ich auch nicht. Okay. Also ich. Du musst komplett vorlesen, weil ich habe kein Handy. Oder du gibst mir deins einfach. Ich mache es schon. Es ist auch nicht wirklich viel. Das geht schon. Ja, bisher ist nichts gekommen. So. Pansir Kilijerk hat geschrieben. Zum Glück kann ich keine Tweets mehr von Never Forget Nicky aka Niklas Lost sehen, weil er mich blockiert hat. Der Typ wirkt genauso wie diese Naomi-Seite wie eine Industry Plant, damit das zurückgebliebene Gedankengut von besorgten Bürgern auch für die jüngere Generation schmackhafter wird. Massengeschmack hatte ich vor Jahren selbst abonniert, weil wir manche Videos zu schrecklichen Fernsehsendungen wie Villa Germania echt gefallen haben. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Kenn ich auch nicht. Aber irgendwann wurde mir das ständige Rumgeheule wegen dem Rundfunkbeitrag, der Hauptgrund, warum die Massengeschmack-Community überwiegend aus den rechten Witzfiguren besteht, zu nervig. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde dieses Rumgemecker auch übelst nervig. Ich habe mich erst heute mit Worwa länger darüber unterhalten und dann auch einen Tweet abgelassen. Warte mal, ich lese den nochmal kurz vor. Den ich sehr gut fand. Habe ich den geliked? Ich glaube schon. Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Hier. Wenn ich selbstständige Content-Creator höre, die euch über Funk-Format XY erzählen, den Scheiß bezahlt ihr mit euren GZ-Gebühren, muss ich lachen. Eure Gebühren finanzieren nicht gezielt eine Sendung, sondern gehen in einen Topf, aus dem heraus, das füge ich gerade persönlich hinzu, dafür war nicht genug Platz, von Magazin Royale bis die Anstalt, bis hin zu WM-Lizenzen, alles finanziert wird. Dieses pauschale Funk-Bashing, ging da mein Tweet weiter, stinkt mir oft hart nach Neid. Und das ist nämlich meiner Ansicht nach die Natur dieses Funk-Bashings, dieses Pauschalens. Ich sage ja gar nicht, dass es nicht Beiträge gibt, die scheiße sind oder auch Formate gibt, die scheiße sind. Aber wo gibt es denn eine Plattform mit Content, wo keine Scheiße ist? So, ich habe auch Netflix und da ist auch Scheiße drauf. Es ist doch ganz normal, dass auch Scheiße dabei sein wird. Aber es werden nicht konsequenzlos oder verantwortungslos Falschinformationen verbreitet und gar nichts. Ganz im Gegensatz zu diesen Content-Creatoren, die euch das immer erzählen, ja den Scheiß finanziert ihr. Die sind nämlich angewiesen auf private Spenden und daher kommt meiner Ansicht nach auch dieser Futterneid höchstwahrscheinlich. Die fucken sich einfach ab, dass es da andere Content-Creator gibt, die einfach einen fixen Betrag XY zur Verfügung gestellt bekommen, regelmäßig. Und dass sie selbst darauf angewiesen sind, dass Monat für Monat Leute die abonnieren und denen Geld spenden und so weiter und so fort. Und diese Leute sind viel anfälliger für erstens Korruption, sage ich mal in Anführungszeichen. Und zweitens neigen die viel öfter dazu, auch nicht dazu zu stehen, wenn die mal Desinformationen verbreiten. Dieses Funk-Bashing geht mir schon lange auf die Nerven. Und jetzt, ich finde, ich habe sehr, sehr gute Funk-Sachen gehört und es ist nicht alles schlecht. Und ich hätte kein Problem damit, für Funk zu arbeiten, geht der Mula. Ja, würde ich auch geil finden, aber selbst wenn nicht, darum geht es mir nicht. Aber ich sage jetzt nicht, nur weil wir das jetzt nicht bekommen, heißt es nicht, weil wir von mir aus nicht queer genug sind oder sonst irgendwie was. Weil das heißt ja dann immer wieder, ja und wenn du jetzt einen LGBTQ-Podcast machen würdest, dann würdest du das sicher bezahlt bekommen. Ansonsten nicht. So mäßig. So, das wird ja immer irgendwas. Nach der Logik dürfte es keinen Nicht-Funk-LGBTQ-Podcast geben. Zum Beispiel, ja. Es ist halt einfach, da wird ganz schwer argumentiert, beziehungsweise die Beobachtung, die du schon vor langer Zeit gemacht hast, da werden einfach so amerikanische Narrative übernommen. Das ist zu 100 Prozent, zu 100 Prozent würde ich das so unterschreiben, das ist so. Und die Leute sollen erstmal alle mal ein bisschen runterkommen und sich Wakanda Forever reinziehen. Was ist das? Aus Wakanda Forever. Ist das der Gruß? Nee, es gibt ja diesen Gruß, diesen Wakanda-Gruß, aber dann gibt es auch einen anderen, aber das kommt von woanders. Ich werde euch nicht zu viel spoilern, ich höre auf. Das sieht ehrlich gesagt für mich aus, wie wir eine Grieche flucht. So, Harriken. Griechenmäßig. Ah ja, stimmt, das ist auch so. Ja, Italiener so. Ey? Das fand ich cooler. Das fand ich cooler. Das riecht man so. Ja. Oder so. Oder so. Ey, ja, stimmt, stimmt. Muttsam. Stimmt. Und eine Sache wollte ich noch sagen, die mir letztens aufgefallen ist, oder beziehungsweise die mir schon lange aufgefallen ist, aber ich dir noch nicht gesagt habe. Ich weiß, ich habe keine Haare. Echt? Krass. Sollen wir mal zur Kei gehen zusammen? Nee. Der Zug ist aufgefahren. Will ich auch nicht machen, Mann. Aber wie ist es denn, wenn du so griechisches Fernsehen anschaust, wie ist da der Wetterbericht? Ist das so ein ganz normaler Wetterbericht? Weißt du, weil da immer so geile Ischen... Ischen... Ist es da so? Ich weiß es nicht. Ich frage das gerade so legit so. Ja. Boah, ich weiß nicht. Ich habe mich noch nie so aufgegeilt an irgendwelchen Moderatoren. Kann sein, ne? Aber es sind ganz normale Moderatoren, meine ich. Ja, ja. Okay, weil das ist, glaube ich, so der Unterschied zum italienischen Fernsehen. Wenn du dir den Wetterbericht im italienischen Fernsehen anschaust, ist es immer jemand von der Marine oder dem Militär. Also so mit Abzeichen und so, ist immer so ein Mann. Echt? Ja, ja. Hä, wieso? Die machen halt so Wetter, Meteorologen und so. Aber warum vom Militär? Das sind dann halt Marine, Marine, von der Marine. Halt irgendwelche... Weil die irgendwelche Wetterstationen auf dem Wasser... Genau, genau. Krass, interessant. Ja, Mann. Wusste ich nicht. Ja, Fun Fact, zieht es euch mal rein. Nice, jetzt zieht es euch rein auf jeden Fall. Genau, italienische Wetterberichte, nicht so wie so mexikanische Wetterberichte, ihr alten Schlinge. Ja, genau, wie war denn der andere Kommi? Ich glaube, da ist noch einer dabei, oder? Ach so, scheiße, ich habe die Kommentare voll vergessen. Ja, dann machen wir das noch schnell. Manning28 schreibt, Ed Schusen, für mich war der Trackfenster zum Hof nicht neu, hatte ihn aber länger nicht mehr gehört und dann wieder gemerkt, verdammt, das ist gut. Und Grüße an euch. Also es freut mich echt sehr, liebe Manning. Sorry, sorry, Mann. Vielen, vielen Dank. Ja, vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung. Es tut mir leid, excusez-moi. Aber ja, das ist ein geiler Song. Das ist ein geiler Song. Ich will doch einen Nackenklatscher verteilen. Ja, willst du den jetzt verteilen? Ja, oder? Oder willst du? Nö, mach ruhig. Dann machen wir das und dann machen wir den Sack zu nachher. Welchen Sack zu? Die Sendung. Ach so, ja. 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 Nackenklatscher der Woche. Der Nackenklatscher der Woche geht zum zweiten Mal in Folge an. Never Forget Nicky, oder wie er heißt. Warum? Bruder, mach nicht dieses, oder wie er heißt. Ich glaube, der heißt Never Forget, okay. Das ist so cringe. Ich weiß echt nicht, wie er heißt. Ich weiß echt nicht, wie er heißt. Heißt der Never Forget Nicky? Ich habe keine Ahnung, ich habe ihn bei dir zum ersten Mal gehört. Ah nein, stimmt nicht, ich habe ihn, doch, der heißt so. Ich habe ihn davor auch schon mal gehört. Okay, gut. Dann Never Forget Nicky. Du bist doch so ein Junge, der auch immer so Videos gemacht hat, wo er so rumgelaufen ist und so Fragen stellt. Ich habe das erst danach mitbekommen. Also ich habe den Janu von Twitter gekannt. Und jetzt habe ich irgendwie auch gesehen, dass der auch auf YouTube so eine Nummer ist. Genau, das meinte ich. Ich glaube, ich kenne ihn von YouTube. Das wusste ich nicht. So ein rechter. Das wusste ich nicht. Er wirkt schon super konservativ auf mich. Das ist ein rechter, komm. Ja, oder ein rechter halt. Ja, und keine Ahnung. Ich glaube, du hast es verdient. Du hast es verdient, ja. Mit Kommt von Herzen. Aber natürlich nur virtuell und ohne Gewaltandrohung. Um Gottes Willen. Komm uns jetzt nicht mit Arbeitsschreiben. Du kannst gerne auch mal vorbeikommen und dir den virtuell persönlich dann abholen. Wir spielen das dann ab auf dem Board. Ja, genau. So machen wir das. Kein Platz für Faschisten in Stuttgart. Absolut nirgends. Auch nicht in Friedrichshafen. Auch nicht in der FN. Also in Stuttgart ist es eine ganz sichere Kisse. Geil. Ja, finde ich auch. Was ich noch sagen wollte. Ich wohne in der Antifa-Zone. Wollte ich mal sagen. Also ich wohne wirklich in der Antifa-Zone. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß mit einer etwas anderen Sendung. Einer Sendung, die vielleicht ein bisschen entspannter dahergekommen ist. Vielleicht auch ein bisschen lockerer als sonst. Weiß nicht. Hey. Hey. Richtig locker, Mann. Genau. Ich weiß es nicht. Oder halt einfach nur anders. Wir können halt auch anders aufeinander reagieren, weil wir halt keine Latenz haben. Deswegen. Also ich habe heute nur marginal in die Kamera geschaut, sondern meistens auf dich. Ich habe eigentlich auch die meiste Zeit auf dich, oder? Wir haben uns schon... Ach komm, du bist doch kamerageil. Wir haben uns tief in die Augen gesehen. Hier sind Ahornblätter drauf. Das ist die Wassersorte von einem Kanada-German. Kennst du den Kanada-German? Kollege ist doch der Kanada-Germane. Oder Kanada-Germane. Ja. Genau. Auf jeden Fall schaltet ein. Nächste Woche schreibt in der Zwischenzeit Kommentare. Abonniert. Liked. Tell a friend to tell a friend. Und bis ganz bald. Peace.